Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Die Energie ist fucking high, Bro. Ich bin die Frau da drüben. Ich mache jetzt eine Mondenschau, weil wir morgen nach Las Vegas fahren. Okay, check, 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 check. Ich mache kurz, ähm, ich mache kurz, ähm, wie nennt man das, äh, Meischi, wie heißt das, äh, Bro, ich bin gerade am Stoller wegen dem Outfit. Wir machen Beauty-Shots. Ja, das ist halt schon ein crazy Outfit, Phil, oder? Du warst eine kleine ***. Okay, okay, das müssen wir zensieren. Also, ich finde es geil. Wollen wir tanzen? Wollen wir tanzen? You like taking a love at midnight on the toes of the king. You're watching the yoga. Wir machen jetzt ein Ring-Battle. Ich muss versuchen, mich von Dominik zu befreien. Ich will eigentlich nur rummachen. Zähl runter. Drei, zwei, eins, los. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. I had a dream, I could not breathe in no air. Nein, 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 no air. No air. Oh, fuck. Mega, ich will alle wach. Ladies and gentlemen, wir sind in Las Vegas, baby. Ich werde reif. Wie viel Geld willst du blown hier? Ich habe 200 oder 300 Euro. Soll ich dir sagen, wie viel ich setzen möchte? Oh nein. 5.000. Das ist schlimmer. Ich will 10.000 Euro auf schwarz setzen. Ich habe so gehofft, dass ich so eine Reaction habe. Die ist perfekt fürs Video. Gute Arbeit. Holy shit. Bro, das ist, glaube ich, die krasseste Hotel-Dobby ever, man. Mike, bist du sicher, dass das hier das günstigste ist, was wir hätten bekommen können? Ja. Sagst du es, weil du selber gerne hierher wolltest? Ja. Okay, nice. Wenn ich heute Abend gewinne, geht kompletter Clubabend auf meinen Neck. Nur? Nur? Wir haben gerade Durst gehabt und wollten uns einen von diesen Fiji-Waters hier ziehen. Und dann mussten wir gerade gucken, wie teuer das ist. Fiji-Water, 24 Dollar, Bro. Das sind so roundabout 22 Euro. What the fuck? Okay, Absolut-Wodka kostet... Bro, shut the fuck. 20 Dollar? Diese Flasche, du kriegst bei uns dafür 2 1-L-Flaschen. Wir müssen diese 10.000 Dollar heute gewinnen. Oder wir verdosten hier, Digga. What the fuck? Zwischen uns drei gibt es einen gravierenden Unterschied. Einer von uns hat keine Prada-Sonnenbrille. Nein. Ich glaube, das muss wohl ich sein. Ich meine, guck mal, ich spend heute vielleicht 10k. Ich brauche ein fucking Hemd. Aber nicht von Prada. Bro, das kommt. Das kommt. Das Hemd kostet 1.800 Dollar, Bro. Das kann ich eigentlich nicht machen, Digga. Ja, und Dustin, was geht ab? Ich habe gerade 2k in den Prada-Store gespandet. Was geht ab? Wir trinken kurz unser Prada-Wasser. Wir hören uns. Ciao, ciao. Freunde, auf einen erfolgreichen Abend auf 10k. Wiederhobungsbedarf. Ich werde noch ganz viel mehr davon brauchen, wenn wir nachher verloren haben. Kann es sein, dass ihr ein bisschen mehr getrunken habt als wir? Corvata, Corvata. Oh, das ist so. Oh, das ist der Nächste. Solkojotto. Warte, kurzer Disclaimer, bevor das ganze Ding hier losgeht. Bitte, 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 passt auf euer Geld auf. Glücksspiel ist unfassbar gefährlich. Wir machen das hier nur einmal, weil wir in Las Vegas sind und ich das für den Trip hier einfach geil finde. Bitte macht es nicht zu Hause nach. Und jetzt rein ins Casino, Boys. Wie ist los, Meister, oder? Okay, jetzt könnte er entweder der Beste oder der Schlimmste Abend jemals sein. Ich habe gerade von meinem einen Konto auf mein anderes Konto 10k überwiesen. Alter, ich weiß nicht, ob ich mich jemals so gefühlt habe. What the fuck? Egal, was passiert, heute ist eine Story. Boah, soll ich nochmal umentscheiden von schwarz auf rot? Wir werden es verlieren. Wir müssen es verlieren. Nein! Bro, meinst du, wir müssen es verlieren. Real Rap, 100% honest, denkt ihr, wir holen es oder nicht? Du hast immer so dummes Glück und es ist so ein Abend, wo du dummes Glück haben wirst. Bro, die Energy ist da, wir sind nur einmal in L.A. Was denkst du, holen wir es oder holen wir es nicht? Alles klar, danke, Mike. Ey, top, top. Du musst es holen. Ich bin Belieber im Schöpsel. Denkst du, wir holen es oder nicht? Diesen Skin in Fortnite. Oh, komm, ich schau dir verraten. Okay, straight up, wir gehen zum Roulette-Tisch. 10k. Oh, fuck, Jungs. Okay, was ist das meiste, was wir hier holen können? 3. Insufficient funds, ich habe hundertprozentig 10k auf der Klinikarte. Bitte, 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 bitte. Oh, what the fuck. Okay, Marlena muss jetzt Geld abholen. Dass es bei mir klappt und ich vertrauenswürdiger bin. Auch nicht, auch nicht. Come on, come on, baby. Ja, let's go. Incorrect, Pin. Oh, nee. Let's go, da sind die ersten 1.000. Wir haben 2k in fucking Bar. Wir wären halt straight up hier gerobbt, ne? Das war ich mir groß. Boah, wir sind jetzt hier wirklich No-Jaws seit einer Stunde 30 und versuchen hier Cash-Up zu heben. Jetzt muss Dominik von seiner Karte Cash-Up holen. Approved, approved. Oh, mein Gott, nein. Oh, mein fucking Gott, Jungs. Der Einzige, der anscheinend eine funktionierende Karte hat. 5k und das sind auch 5k. Ladies and Gentlemen, wir haben 10k. Ich möchte noch kurz ein bisschen mit meinem Wündel rumflexen. Ich hatte sowas noch nie in der Hand. Das ist total. Oh, mein Gott, ich habe shaky Beine. Okay, Freunde, wir sitzen jetzt hier, setzen alles auf schwarz. Wenn schwarz hittet, dann dubbeln wir. Das war auf jeden Fall jetzt schon der teuerste Urlaub, den ich jemals hatte. Oh, mein fucking Gott. Oh, ich schäke, ich schäke. Everyone ready? Oh, mein Gott. 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 Fuck, bro. Fuck, wir haben 10k geblowt. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay, ich habe das verdient, right? Oh, bro, es war 3 Sekunden. Holy fucking shit. Redzau, wir müssen jetzt saufen gehen, bitte. Perfekte Scheiße, Mann. Das ist wahrscheinlich nicht das beste Ende für den Vlog, aber es ist vermutlich das beste Ende, um zu zeigen, dass Gambling fucking sucked. Macht die Scheiße nicht zu Hause nach. Übelst Geld, dass wir es machen konnten. Und bis zum nächsten Vlog. Peace. Ey, mein cooler Greenscreen, Mann.